hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von battlefield und heute spielen wir mal mit dem medic auf omen und dabei habe ich die mg 36 red dot kassett nein munition mit weicher spitze das ist ein guter team mit erwartet auf mich wenn er fast alle flanken ab zu c so knapp so wir haben alle flaggen ich habe sehr lange mit dem medic nicht gespielt ich verstehe nicht warum erobern die das ist sinnlos weil bei A kann keiner spawnen sie könnten wir einfach so lassen und das tut ich dachte es werden Freund ich weiß dass ich hier spawne ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht Dein Ernst? Geht doch. Nein, den kann ich nicht wiederholen. Der ist zu weit weg. Für die ganzen Hoops. Hier bin ich. Überfahren nicht. Fahr nicht im Moment. Da ne. Lol. Das war nice. Und geplant. Das wollte, das musste so. Ich schieße eine Rakete durch mich. Ich schätze, wir sollten B zurückerobern. Hilfe bei Kel. Ist doch klar. Ja. Und bei B ist schon einer. Eile ihm zu Hilfe. Zur Hilfe, zur Hilfe. Und wir werden Schneid beschossen von hier. Okay. So, weiter zu D. Unsere KD ist noch im Positiven. Nix zu meckern, eigentlich. Nix zu meckern eigentlich. hochstürmen ich glaube ich werde sterben gut wir haben schon alles erobert hier nochmal nachladen weil die Animation so schön ist die die Glocken ist die das ist die Abwehr okay kann ich auch hier drin spotten ja wenn ihr ihr fehlte wo nachladen auf dem kran setzt sich eine flare gut uns gesinnt illuminati spaß 15 2 ist auch nicht mal so schlecht oder leider klingt das telefon es gibt ja noch aus die rand gehen können trallen eine leiter hochklettern ist das spannendste in battlefield scheiße weiter 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 so wir haben alle flaggen Geld Warum habe ich den nicht getroffen Also wenn ihr seht das ein Heli oder Flugzeug oder irgendwas brennt Dann einfach raufballern Stütze ist vielleicht aber Das ist ziemlich witzig eigentlich Braucht die Medic Oh Lul, Sniper Sniper Und nein, ich bin nicht hin Ah nein Funktionieren die Flairs hier oben Du bist doch nur gut die Stelle zum Sport Weg von dem Kran runter Oh gewann Das war es für heute Ab diesem Jahr werden ganz viele Videos folgen Wir hoffen dass alle aus dem Team jetzt Videos machen Und wir sehen uns beim nächsten Mal Tschüss